Und dann Moinsen zum Gast-Talk, ich glaube der Erste dieser Saison, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind ja aber erst an Spieltag 4, mit dem guten Chris, Moin. Moin, Gude. Natürlich zu Mainz VfB und dazu natürlich auch mit dem Chris dann euer, ich sag mal, mindestens Stadion-Flogger eurer Wahl, was Mainz 05 angeht. Mainz, Stuttgart, Samstagmittag 15.30 Uhr, beste Fußball-Uhrzeit, ich glaube, bestes Wetter ist auch angekündigt, irgendwie 27 Grad drumherum. Stadion, glaube ich, auch ganz gut ausverkauft, aber wie sieht es da auf eurer Seite aus? Ja, auf jeden Fall. Also ein paar Plätze sind noch frei, aber auf jeden Fall überwiegend voll. Weil für uns ist auch immer eine schöne Auswärtsfahrt, bist schnell da. Ich glaube, da sind wir wahrscheinlich wieder, letztes Jahr waren es 4.500, irgendwo in dem Bereich von 4.000 bis 5.000 tippe ich mal wieder. Oder gerade diese Gerade eben, wo der Außenblock ist, ist dann immer ganz gut in VfB-Hand im größten Sinne. Und natürlich sprechen wir über euren Saison-Stadt und natürlich vor allem über euch, über Mainz, weil über den VfB haben wir, glaube ich, die meisten Sachen im Kopf. Und wahrscheinlich muss man fast einen Ticken zurückgehen, weil es zieht sich fast durch von Saisonende zu Saisonstart irgendwie eine komische Serie von Mainz. Dieser Bayern-Sieg, ich glaube, am Spieltag 29 war das, dann dieser eine Punkt noch gegen Dortmund, um die Meisterschaft den so ein bisschen zu rauben, auch wenn sie natürlich selber schuld dran waren. Und dann zieht sich ein neues Saison mit rein. Ein Punkt aus drei Spielen, was passiert da gerade bei euch? Ja, schwer zu sagen. Ich bin auch ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Es ist zwar erst der dritte Spieltag, klar, da kann noch viel kommen. Das will ich auch nicht zu überbewerten, aber natürlich bin ich schon irgendwie extrem enttäuscht von der Art und Weise der Spiele. Ich habe jetzt vor allem das erste Spiel ja live erlebt im Stadion in Berlin. Die anderen zwei vom Fernseher, das war schon echt erschreckend irgendwie. Und wie du sagst, es zieht sich schon irgendwie, auch in der letzten Saison zumindest, am Ende zieht sich das so ein bisschen durch. Da waren auch, von der Spielweise her kennt man da leichte Parallelen, auch zu den jetzigen Spielen. Nur, dass ich sage, dass die jetzigen Spiele deutlich schlechter waren als die am Ende der Saison. Also, ja, es ist schwer zu sagen aus Mainz-Fansicht, weil das irgendwie nicht das ist, was man sich erwartet hat, vor allem zum Start der Saison. Die Gegner waren jetzt auch nicht. Natürlich, Union Berlin schwerer Gegner, Frankfurt unentschieden, wobei wir da auch extrem gut gespielt haben. Leider nur einen Punkt geholt haben, aber auch gegen Werder Bremen, die Gegner waren jetzt schlagbar eigentlich, so vor der Saison. Aber irgendwie, ja, sollte es nicht sein. Ja, also ich glaube, Union auswärts kann man auch so geben. Das passiert halt mal. Da war der, glaube ich, auch recht unglücklich. Gegen Frankfurt Last Minute, Mammusch müsste es gewesen sein. Also, er hat auch quasi auf der Siegerstraße gewesen. Ich glaube, das Überraschendste für uns alle war natürlich auch der, ja, unpassendste Weg quasi, um in der Lettenspielpause zu gehen. Für euch ist halt ein 4-0 war es ja, glaube ich, in Bremen. Ich glaube, damit wahrscheinlich die wenigsten gerechnet. War das auch, weil wir wahrscheinlich die meisten nur, wenn dann Highlights gesehen haben, war das auch ein verdientes 4-0? Oder war das auch vielleicht nicht ganz im Spielverlauf gegeben? Ja, absolut. Also, natürlich kann man sagen, 4-0 ist ein bisschen zu hoch, aber Bremen war schon die bessere Mannschaft. Wir hatten nichts entgegenzusetzen. Wir hatten vor allem in der Defensive große Probleme, die echt erschreckend waren, weil das war ja auch in der letzten Saison und allgemein unter Busfenstern immer so das, was ja auf jeden Fall besser geworden ist, die Defensive. Und da waren große Probleme da. Ein bisschen erschreckend gewesen, aber in der Höhe am Ende, ja. Für mich war es in der Höhe okay. Bremen war die bessere Mannschaft. Gegen Union Berlin haben wir ja auch vier Tore gekriegt. Da war es auch eigentlich okay. Ich fand, dass wir da auch nicht wirklich stark gespielt haben. Zwei frühe Tore bekommen haben, direkt am Anfang nicht wach gewesen. Und am Ende, klar, auch wieder das 4-1 in der 90. Aber auch in der Höhe okay gewesen. Was mich auf das Bremen-Spiel ein bisschen erschreckt hat, war die Tatsache, dass wir gegen Frankfurt ja wirklich echt gut gespielt haben. Wir haben echt gutes Spiel gemacht, haben recht viele Chancen gemacht. Da kann man über die Chancenverwertung reden, beziehungsweise muss man über die Chancenverwertung reden. Und dann eine Woche später so ein Spiel abzuliefern, und das war dann schon irgendwie, ja, zwei Welten. Ja, der erste Blick geht dann oft, also bei manchen vielleicht auch von Trainern, bei vielen, glaube ich, auch auf den Kader. Ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, ob der Kader da gerade zu schlecht ist, weil ich glaube, das ist er auf jeden Fall nicht. Aber um da quasi eine Verbindung zu machen, wie zufrieden bist du mit dem Transfersommer? Weil so den großen Transfer, den wir mitbekommen, sagen wir, bis dann als Außenstehende ist natürlich Start zu Hoffenheim. Was ist sonst so bei euch im Kader passiert? Ja, Start zu Hoffenheim, ich glaube, das war so der größte Name von den Abgängen. Da war ich, ja, es war ja immer so ein bisschen, der war ja immer so ein bisschen in den Transfergerüchten drin, dass er geht. Ich war trotzdem ein bisschen enttäuscht persönlich von ihm, weil ich finde jetzt ein Transfer zu Hoffenheim, ob das jetzt qualitativ viel besser ist und ob er da viel mehr spielen wird, weil die sind ja auch schon sehr gut besetzt auf seiner Position. Und er hat ja auch vor allem in den letzten Spielen, vor allem am Ende der Saison, viel Spielzeit bekommen und hat seine Sache auch echt gut gemacht. Zu den Zugängen muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich echt mehr als zufrieden bin. Also vor der Saison war ich echt zufrieden. Man wusste, der Kader wird einigermaßen zusammenbleiben, was ja bei den Mainzern in den letzten Jahren immer so war, zum Glück. Da waren, Aron Martin war, glaube ich, auch noch ein Abgang, den man auf jeden Fall ansprechen müsste. Aber so von den Zugängen her kam erst nicht viel. Da waren halt Daniel Batz, glaube ich, dabei, der einer der Ersten war. Das war es dann, Tom Kraus, der dann kam. Und am Ende, so kurz vor Deadline-Dank, kamen dann auch noch ein paar mehr Spieler dazu mit einem Richter, der wie aus der Wundertüte kam in meine Augen. Den habe ich überhaupt nicht erwartet. Aber irgendwie sind das halt auch alle Spieler in meinen Augen, die irgendwie gut zu der DNA von Mainz 05 passen, von menschlichen auch her. Und ich glaube, dass das halt auch spielerisch sofort funktionieren könnte. Braucht ja anscheinend auch noch ein bisschen Anlaufzeit alles. Aber über die Transfers kann man, glaube ich, nicht meckern. Wenn man Tom Kraus sieht, das ist einer, der, glaube ich, in Deutschland auf jeden Fall einen Namen hat. Ein super U21-Nationalspieler. Also da kann man, glaube ich, auch nichts falsch machen. Hat mit Schalke eine super Saison gespielt. Auch mit Nürnberg. Immer auch davor super Spiele gemacht. Und Marco Richter eigentlich auch ein extrem guter Spieler, der natürlich jetzt in den letzten Jahren vor allem durch die Härte ein bisschen gelitten hat. Aber ist er trotzdem ein echt guter Spieler. Das waren alles Leute, die einem direkt weiterhelfen können. Und vor allem für die Breite des Kaders halt extrem gut waren. Ja, also gerade Kraus, glaube ich, hätte, ohne jetzt Mainz irgendwie niedriger zu sehen, aber hätte wahrscheinlich manches sogar bei höheren Klubs noch fast erwartet. Oder bei Größen, wenn auch mit denen, die noch ein bisschen mehr Geld bieten können, noch Gehalt oder so. Deswegen Kraus echt ein Top-Transfer. Wenn ich mir so ein bisschen angeschaut hatte, wenn ich auf Statistiken schaue, auch bei Mainz generell ist das Thema Physis ganz groß. Wenn wir jetzt VfB und Mainz vergleichen vor allem. Also wir haben gerade natürlich die Tore mehr, ein bisschen die Punkte mehr, mehr Abschlüsse. Wir haben ein bisschen mehr Torhüter gerade mit unseren Paraden. Aber Physis seid ihr immer ganz oben dabei. Laufstärke, intensive Läufe, Zweikämpfe, Kopfballduelle. Da hängen wir irgendwo unten auf Platz 16, 15 die ganze Zeit rum. Und wer da so ein bisschen raussteht, ist auch der zweite Ex-Schalker mit Vandenberg. So ein bisschen eine Einschätzung zu ihm, weil den fand ich interessant. Einerseits muss man ihn als Fan wahrscheinlich komplett feiern, weil einfach, ja, das ist eine Wucht da hinten drin. Der hat auch physische Top-Werte, Kopfballduelle. Ich glaube gerade in Kopfballduellen auch einen Top-Wert in den Top-5-Ligen-Vergleich. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die meisten Vsb. Der, glaube ich, sogar in der gesamten Liga, drei gelbe Karten. Ist das so ein bisschen hohen Runde von wegen, yo, das ist geil, dass er reingeht, aber vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel? Ja, ich glaube natürlich, ich finde eben meiner Meinung nach gibt es zu viel nicht. Ich bin ein Freund von Leuten, die intensive Zweikämpfe führen. So Spieler brauchst du halt auch einfach. Ich fand halt auch Sepp Vandenberg ein echt guter Transfer. Wir hatten sowieso in der Innenverteidigung einen gebraucht. Das ist ein guter, er hat jetzt die ersten Spiele, glaube ich, auch nicht von Anfang an gespielt. Einfach ein extrem guter Backup. Der fühlt sich extrem stark. Er ist auch extrem groß, also ein kopfballstarker Spieler. Und deswegen hilft er uns natürlich schon extrem weiter, was das angeht. Und du hast ja schon angesprochen, die Mainzer waren ja allgemein immer, was das angeht, sehr stark. Und sich dann auf so einen Spieler auch zu konzentrieren, macht in meinen Augen auch sehr viel Sinn. Wo wir gerade eben über Transfer gesprochen haben, habe ich natürlich einen wichtigen Spieler noch, wirklich wichtigen Spieler noch vergessen, nämlich M. Vene, den wir für außen geholt haben. Natürlich, glaube ich, auch ein absoluter Kracher-Transfer. Er hat super gespielt bei PSV Eidhofen, internationale Erfahrungen gesammelt. Einer, der uns extrem weiterhilft und auch in den Spielen, trotz der schlechten Leistungen, glaube ich, auch immer so in meiner Ansicht immer einer war, der so ein bisschen rausgestochen hat von der Qualität her. Ja, das war tatsächlich der einzige, wieder so ein Statistik-Ding, aber das war der einzige, den wir quasi zwischen Mainz und Stuttgart haben. Weil wir haben gerade keinen Mainzer in unserem Kader, aber ein Vene war bei uns früher, U17, U19, VfB 2. Der kommt tatsächlich aus der VfB-Jugend, aber weiß ich gar nicht, ob der Profi Kader war, aber beim Spiel gemacht hat, habe ich, keine Ahnung, auch ein interessanter Spieler auf jeden Fall. Bevor wir zu unseren Erwartungen für Samstag kommen, sage ich mal, ganz kurz, ich glaube, dass das bei euch bisher groß gemacht wurde, aber gibt es schon vielleicht eine leichte Trainer-Thematik oder ist das auch so ein Ding, wo man sagt, nee, der macht so einen Top-Job eigentlich, seitdem er da ist, da brauchen wir jetzt nicht wegen zwei, drei Spielen anfangen? Ja, also ich kann da nur für mich sprechen, aber ich glaube, dass ich da für viele, viele Mainzer spreche, dass die Trainer-Diskussion auf jeden Fall nicht aufkommt. Also auch, ich würde sogar sagen, wenn wir jetzt auch fünf Spiele, wenn wir jetzt auch nach fünf Spieltagen immer noch die gleiche Tendenz haben an Punkten und an der Spielweise, glaube ich, dass da auch wenig an Bo Svensson rankommt, einfach weil das so, es ist alles so gefestigt, das ist so wirklich, ich sage immer, nur ein Beispiel zu finden, damals Matarazzo bei euch, der kam ja, war ja auch echt lange da, das hat sich dann auch irgendwann eingespielt und gefestigt und so ist das bei uns auch. Bo Svensson, das ist einfach alles, das ist so tief verankert schon, also da kommt auch, selbst bei jetzt der schwachen Leistung, glaube ich, aus jeder Mainzer Sicht keine Trainer-Diskussion auf. Ja, würde ich auch für viel zu früh, viel zu früh erachten und ihr seid ja auch in den letzten Jahren vielleicht nicht unbedingt, aber wir haben es vor allem auch im Kopf, durch die eine Rückserie nach dieser Horror-Hinrunde noch auf Schalke-Niveau und dann noch gerettet, natürlich auch unter Svensson, aber ich sage, generell, glaube auch historisch eher eine Rückrunden-Mannschaft, also würde ich da auch noch nicht so viel rein interpretieren in die ersten paar Spiele und jetzt kommt ja vielleicht ein Gegner mit uns für euch, der euch vielleicht ein bisschen besser liegt, worauf ihr vielleicht auch Hoffnung habt oder natürlich auch mittlerweile sehr große Hoffnung, den ersten Sieg einzufahren. Meins generell lag uns auch auswärts eigentlich seit Jahrzehnten nicht. Wir hatten, glaube ich, zwei, fünfmal einen Auswärtssieg und dann hat es gedauert bis 2020 für den nächsten Auswärtssieg. Dazwischen natürlich auch viel öfter verloren als Unschieden gespielt und jetzt eben aktuell aber eine gute Phase. 4-1 Sieg, 2-20 müsste es gewesen sein, dann 0-0 und eben das 4-2-1 letzte Saison, kurz vor Schluss, am 33., was natürlich für uns auch brutal wichtig war, auch wenn wir Relegation auch spielen mussten, aber war natürlich trotzdem wichtig, um wenigstens noch das zu erreichen. Wie ist deine Hoffnung so für den Samstag, gerade wenn man auch guckt, das ist natürlich gerade ein Duell von Teams, wo, ich sag mal, der Trend in komplett verschiedene Richtungen geht? Ja, das wollte ich gerade sagen, also mit Stuttgart erwartet uns natürlich eine extrem formstarke Mannschaft, jetzt mal das Leipzig-Spiel ausgeklammert, ich meine, da habt ihr auch eine extrem starke erste Halbzeit gespielt, deswegen ist es extrem schwer, weil wir kommen, klar, aus einer kleinen Form tief, aber Heimspiele liegen uns normalerweise, deswegen haben wir das auf jeden Fall auf unserer Seite als Pro-Argument, aber es wird extrem schwer, es waren immer enge Spiele, außer jetzt die Spiele jetzt ausgeklammert, vor allem in der letzten Saison, aber ja, VfB Stuttgart kommt mit so einer unfassbar offensiven Wucht nach Mainz, dass es natürlich für uns extrem schwer wird, erstmal natürlich auf die Defensive zu schauen, um dann halt auch Chancen nach vorne zu kreieren, was uns da vor allem gegen Bremen ja so gut wie gar nicht gelungen ist, deswegen bin ich extrem gespannt, wie unser Auftreten ist, ich hoffe, dass man halt durch diese starken letzten Spiele des VfBs nicht zu sehr eingeschüchtert ist, die Heimwucht nutzt und da halt sich gegen stemmt, ich bin wirklich, es wird ein super interessantes Spiel in meinen Augen, weil Mainz ja einfach, ich war jetzt, wie gesagt, nur einmal im Stadion, ich habe das bis jetzt nur einmal live erlebt, ich bin mal gespannt, wie Mainz halt jetzt auch durch die Länderspielpause, die glaube ich extrem gut getan hat, die extrem gut für uns war, klar hatten wir viele Spieler, die auch für ihre Mannschaften da unterwegs waren, aber ich glaube, so eine Länderspielpause als Pause mal zu nutzen, auch extrem wichtig und ich bin mal gespannt, wie wir gegen den VfB so dann aus der Länderspielpause kommen. Ja, also ich habe auch extreme Vorfreude, wenn man auch vor Ort ist, logischerweise, noch mehr Vorfreude, auch bei uns quasi die Message von Fanszene aus, alle im Trikot, also das könnte auch nach was aussehen da, haben wir jetzt ja erst am Samstag vor kurzem unser 130-Jähriges gefeiert als Verein, also da ist sehr viel gute Stimmung, ein Top-Saisonstart, das ist halt auch so ein Thema tatsächlich, vielleicht können das manche fühlen, vielleicht manche nicht als VfB-Fan, man ist noch so ein bisschen perplex oder zumindest weiß ich noch nicht so ganz, was ich damit anfangen soll, weil wir sowas halt nicht gewohnt sind. Letzte Saison an Spieltag 10 den ersten Saisonsieg gefeiert, auch während diesem Spiel im Stadion gegen Freiburg, so du schlägst nicht Freiburg alle paar Wochen mal 5-0, standst du irgendwann dran ab dem 3-0 und denkst dir, hä, was passiert da, das ist gerade nicht real, was hier passiert. Deswegen, schwer das noch einzuschätzen, natürlich, wir nehmen es absolut mit und jeden Punkt, den wir jetzt schon sammeln können, wenn es in Richtung Saisonende geht, weil es ist ja immer noch unser Hauptthema Klassenerhalt, so, da müssen wir nicht drum herum reden, ist wichtig, da schon mal Polster aufzubauen, als wie die letzten Jahre halt noch von hinten kommen zu müssen und dann noch irgendwie wieder was aufzuholen kurz vor Ende. Deswegen bin ich da auch positiv, wir hatten den legendären Spruch von unserem aktuell, glaube ich, Leiter Lizenzkader dann, Christian Gentner, 2018 müsste es gewesen sein, als wir Mainz verloren haben, wenn es auch abgestiegen sind, mit in Mainz muss man nicht gewinnen. Das war sein Spruch nach der Auftaktplatte in Mainz. Ich würde es zumindest für uns mal so umdichten, dass wir auf jeden Fall nicht verlieren müssen in Mainz aktuell. Natürlich auch die Serie gerne nicht weiterführen mit 5-0, 1-5 und 5-0 und 1-5. Das würde ich nicht so, das nehme ich nicht mit auf den Samstag. Das würde ich begrüßen. Das würden, glaube ich, die wenigsten mitnehmen gerne als VfB-Fans, aber auch schon einiges mitgenommen oder mitgemacht in der Vergangenheit. Also ich bin positiv gestimmt. Es ist 100% ein Sieg drin in Mainz, selbst in Testspielen. Also wenn was läuft, dann ist die Offensive, selbst im Testspiel wieder 8 Tore geschossen, auch wenn es dann gar nicht so gut war, aber trotzdem auch da 8 zu 3 gewonnen. Offensive läuft, Defensive muss man ja auch sagen, grundsätzlich schon, weil kein Gegentor gegen Bochum, keins gegen Freiburg. Fünf Stück halt Momentum-mäßig und kann auch mal schnell laufen dann gegen eben Top-Mannschaften wie Leipzig mit den fünf Stück. Gerade wenn du sagst, bei euch gerade ein bisschen Defensivprobleme, habe ich schon Hoffnung, dass wir unsere Tore machen. Und dann ist eben die Frage, was Mainz entwickeln kann, weil, wie gesagt, generell ist Mainz auswärts für uns doch ekligeres Terrain, aber eben aktuell wieder ein bisschen besser, was die Bilanz angeht. Deswegen hoffe ich mir da schon, mache ich mal den ersten Tipp, hoffe ich mir da einen 1 zu 3 Auswärtssieg, aber will auf jeden Fall mal nicht verlieren. Jetzt darfst du gerne deinen Tipp abgeben für Samstag. Ja, also ich glaube, dass es ein enges Spiel wird, einfach weil wir halt defensiv unsere Probleme haben und ich habe jetzt im Moment noch nicht das große Zuvertrauen, dass wir halt aus unseren Chancen so viel machen, weil das halt in der Vergangenheit vor allem auch in dem Frankfurt-Spiel extrem zu sehen war. Da haben wir viel kreiert, aber halt wenig daraus gemacht. Wir haben ja jetzt auch bis jetzt erst zwei Tore geschossen und neun gekriegt. Also da hoffe ich, dass wir defensiv einfach besser stehen und uns auch erstmal, glaube ich, auf das Defensivere konzentrieren müssen, weil ihr einfach einen brutalen Sturm habt mit Girassi und allem drum und dran. Da habt ihr auch schon viel richtig gemacht und da funktioniert auch viel und da greift auch viel in das andere. Deswegen tippe ich, dass wir 2-1 gewinnen werden, dass wir ein Gegentor kriegen. Dass es lange 1-1 steht und vielleicht so in der 80. oder so gegen Ende nochmal unsere letzten Kräfte aus uns herausholen und dann das 2-1 machen. Ja, also doch wieder so ein bisschen mein Spiel, wie es vor ein paar Jahren noch war. Hoffen wir nicht so ganz drauf. Natürlich auch interessant natürlich das Thema Physis, weil ich glaube, wir kommen wahrscheinlich echt über das Spielerische oder die Offensivwucht aktuell, aber das hat uns auch schon das ein oder andere Mal den Zahn gezogen, wenn eine Mannschaft eben Physis genau da ist, wo ihr es in Sachen Statistik auf jeden Fall mal deutlich, deutlich mehr seid, als wir das sind. Deswegen wird es auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich glaube, die Stimmung wird auf jeden Fall durchgehend extrem gut. Ich habe extrem Bock auf das Spiel und danke, dass du hier am Start was für den kleinen Vorbericht. Ja, danke. Ich habe auch extrem viel Bock auf Samstag. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne zu meinen Spielen und dann bleibt es für euch nur noch übrig, dass ich euch sage, sein Kanal natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, ganz klar. Und sehr wichtig, Stadionflock aus seiner Perspektive, einer aus meiner Perspektive, wir beide gerne abchecken, dann rund ums Wochenende. Wir behalten uns hier vor, Freunde bei, ist ja nicht mehr so lang. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.